Und damit willkommen zurück zu Commander Kaka 3 mit der Heroic Mod. Auf nach Hidden Roads! Hampton Roads ist auch ein kritisches Ziel, Commander. Als Not den Hafen einnahm, schnitten sie nicht nur unseren Nachschub ab, sie haben sich auch verstärken können. Sie sollten den Stützpunkt infiltrieren, das Radar deaktivieren und die Truppen ausschalten. Wir stellen ihnen unsere besten Kommandos zur Verfügung. Warum sagst du Kommandos? Es ist nur ein Kommando. So, zerstören sie den Hafen, um zu verhindern, dass die Verstärkung Hidden Roads erreicht. Schleusen sie dazu ein GDI-Linie-Kommando in die Anlage ein. Schalten sie das Radar aus, indem sie die Kommandozentrale des Feindes zerstören. Anschließend können sie sich auf den Bomberstützpunkt konzentrieren. Sobald sie die Bomber neutralisiert haben, schicken wir ihnen einige Schlachtschiffe. Ihre Scharfschützen können für die Schiffsgeschütze Ziele markieren. Empfange Nachricht. Zerstören sie diese Operationszentrale, damit Nod keine Verstärkung anfordern kann. Okay. Ich bin da. Okay. Oh ja. Da kann ich rüberfliegen. Ja. Solltest du hier nirgendwo... Du hast einen Bekenner bei dir drinnen, okay. Ich bin schon da. Ich hab das gesehen. Einsatzziel erreicht. Wie lauten meine Befehle? Feindliche Einheiten in sich. Schlachtfeld erweitert. Einheit wird angegriffen. Wir kommen nicht nah genug ran, solange uns die Bomber angreifen. Das sind definitiv andere Bomben. Empfang. In einer der Kisten sind sie verfolgt. Nodfbomber verhindern die Unterstützung durch unsere Flotte. Zerstören sie den Hangar, um die Gefahr zu beseitigen. Ei, ei, Captain. Oh, harfer Kerl! Sollen sie nur kommen! Geheimdiensteintrag aktualisiert. Danke. Wovor ich mich wieder frage, wo ist dieser... Wo ist dieser Geheimdiensteintrag? Und der dann einfach nur... Ja, geht. Ja. Ja, okay. Positiv! Alter! Zeit für ein Feuerwerk! Ich habe eine kleine Überraschung dabei! Ja, das Bonusziel mache ich aber auch. Ich gehe rein! Äh... Schön, dass der Gegner von hinten kommt. Jetzt nichts wie weg! Ich werde die nicht anfassen. Verstärkung eingetroffen. Ich, Sir. Schicken Sie uns da rein. Wir markieren ein Ziel. Empfangende Nachricht. Erohren Sie Henton Rhodes zurück, indem Sie den Nod-Stützpunkt zerstören. Okay. Ich bin da! Ich mach das! Der Heimdienstdaten aktualisiert. Geht klar! Einer weniger! Äh... Oh, ich dachte schon. Bin unterwegs! Kinderspiel! Okay! Ich brauche mich um die nicht kümmern. Die machen keinen Schaden. Also, die treffen kaum. Ja, okay. Ich ignoriere dich einfach. Schießt eh dahin, wo ich schon links nicht mehr bin. Äh, jetzt bist du so viel stärker. Äh... Ich wollte gerade sagen, hier ist doch wo einer. Oder zwei. Okay. Ja, kriegt Schaden, aber jetzt... Los geht's! Auch nicht so dolle. Bin schon da! Ah klar, der ist ja dem, äh... Gebafft. Bin schon da! Ist kein normaler. Ich bin da! Wenn man diese Mission spielt und dann, äh... Irgendeine andere Mission, ähm... Und den Kommando nur zeigt mir, die sind doch so gut. Und dann so... Ich bin da. Bin unterwegs. Ich bin da. Ich bin so scheiße. Nach oben. Einheit wird angegriffen. Hier ist euer Geschenk. Es ist der Gedanke, der zählt. Und bloß. Macht's gut. Das mach ich mit Link. Und das Ziel erreicht. Ob die Zimmermädchen hüpfen? Mission erfolgreich. Ähm... Okay, das hab ich jetzt nicht erwartet. Interessant. Ist das normal so, dass er da drin, äh... Nicht ausradiert werden kann, oder... Ah. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Gut, das war's mit Hampton Roads. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst uns einen Like da. Und wir hören uns bei Lang der Air Force Base in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Und wir hören uns bei der Air Force Base in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank.